Die Wahrheit ist eine seltsame Sache. Ist sie greifbar oder nur in Gedanken lebendig? Ist sie beständig oder biegsam? Wer entscheidet, was wahr ist? In diesem Universum aus Licht und Dunkelheit gibt es keine größere Macht. Sagt mir, kleine Lichter. Was ist eure Wahrheit jetzt? Was ist die 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 Wahrheit jetzt?